Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und jetzt hört man hier vielleicht noch ein bisschen Umgebungsgeräusche, aber ich denke mal, wir liegen einfach mal los. Ja, los geht's, ab die Post. Ich will nämlich, dass das Spiel zu Ende ist. Und ich werde gewinnen. Oh nein. Also das kann schon mal so nicht funktionieren. Ich bin ein richtiger Profi in diesem Spiel, ich habe das nämlich noch nie gespielt. Das ist ja auch praktisch. Und nun, kabam! Warum? Hä? Das war eine Ultimate-Pakete. Du bist mir leider zu nah gekommen. Eine Ultimate-Pakete. Oh ja. Und ich stürze ab. So muss das auch sein. Achso, jetzt weiß ich auch, wo mein Leben ist. Das ist links. Das ist mir im Singleplayer gar nicht so aufgefallen. Ja, wo bist du? Da. Warum ist die Karte so schön? Ey, warum ist die Karte so schön? Äh, weil das halt die Helikoptersimulator-Karte ist. Die ist doch voll cool. Und wieso hast du mich schon wieder zerstört? Ultimate. Ich lande, lande ich hier das an. Du spawnst ja mal an der ganzen Stelle. Ja, das ist irgendwie komisch. Wieso? Oh shit. Fuck. Toll, wir haben uns gegenseitig getötet. Vor allem das Praktische ist ja auch, dass erst die Tode stehen, ne? Anstatt erst die Punkte und dann die Tode. Aber... Ja. Äh. Oh man. Boom. War das dein, 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 dein Multi? Jo. Acht Stück hat man davon, ja. Kabam. Ui, ui, ui. So, ich guck mir in der Zeit mal an, wo Mark da wieder spawnt und so ein bisschen zu sich kommt. Guck ich mir mal an, was hier die Special Effects im Multiplayer so können. Also schon mal Ultra Hammer Explosion. Und danke, Mark. Ey, dann brauch ich eigentlich die ganze Zeit nur die Ulti zu machen. Ja, toll. Dann tötet man sich immer gegenseitig. Weil die zielsuchend ist. Ey, was ist das denn? Aber egal. Wow. Ich will die aus dem Gesicht. Ich auch. Ich bin voll im Vorwahl. Wow. Wo bist du? Wow. Super. Ich glaube, das Spiel geht unentschieden aus. Es ist zumindest immer gleich. Obwohl, wir haben noch 10 Minuten. Wollen wir immer die gleiche Map spielen? Ja, ich habe auch irgendwie keinen Weg gefunden, eine andere Map zu spielen. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin gerade etwas verwirrt. Fuck. Moha, 1 zu 0 für mich. Also wir zählen immer die Punkte, die abstanden sind. Mir fällt gerade so auf, dass es die Map, wo man das Tutorial spielt. Toll. Wenn man nicht irgendwie hinter den Berg fliegt oder so, dann kann man der Ultimate gar nicht ausweichen. Und wieder noch. Immer noch 1 zu 0 für mich. Oh, Gott. Es ist einfach nur so, so, Gimmel. Und das war der ultimative Raketensturm. Und nein, du hast mich erwischt. Ferradammt. Ey, Mann. Nio, nio, nio. Boom. Und auf einmal verschwindest du im Berg. Und leider kann man ja hier auch nicht irgendwie Leben regenerieren oder so. Nein, du hast mich wieder um die Welt getroffen. Okay, versuche ich mal eine neue Technik. Ich habe eine sehr gute Technik. Nein, verdammt. Aber ich habe dich trotzdem getroffen. Nein. Ich dachte, das wäre meine. Auf jeden Fall macht es mega viel Spaß, nicht wahr? Okay, 2 zu 0 für mich. Habe ich dich noch getroffen? Nein. Alter. Alter, ne? Ich habe gar keinen irgendwie so einen Abschuss-Sound bekommen. Oh, no. Ah, nein. Ich wollte auch hinter den Berg. Deine Frage. Man sieht nur noch, wie die Raketen auf die Einhageln. Das ist doch einfach, nur. Ja, was können wir jetzt noch erzählen, um das ein bisschen spannender zu machen? Aber wir können natürlich neue Taktiken ausprobieren. Fuck. Wie zum Beispiel die hier? Die war ganz schlecht. Dafür, dass das Spiel zum ersten Mal spiele, macht ihn ganz schön fertig. Ich glaube, für das Spiel braucht man noch nicht wirklich viel Spiel. Doch, doch, doch. Ey, Alter. Jetzt habe ich langsam so den Dreh raus. Ich dürfte aber nicht mehr allzu sehr getroffen werden. Ich haue jetzt einfach mal alles raus, was ich habe. Und dann so auf gut Glück treffe. Fuck. Und da hat er mich getroffen. Da konnte ich aber auch nichts mehr machen. Ich hatte ganz wenig Leben nur noch. Und da habe ich ihn wieder fändigt. Und es steht 16 zu 19. Und ich habe gerade gesehen, deine Ultimator hat mich gerade so verfehlt. Ah, nein, 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 nein. Fuck. 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 Sehr unendliche Raketen. Oh. Was ist jetzt los? Ich bin gestohlen. Hä? Dein Ultimate hat mich von da hinten getroffen. Als du gestorben bist, hast du eine abgeschossen. Cool. Oh. Oh. Rennen. 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 Wie kann man hier irgendwie... Ah, ich muss hinter den Berg, ich muss hinter den Berg. Nein. Okay, 23. Kann man hier irgendwelche Manöver? Ich habe keinen Plan, ob man hier irgendwie langsam... Ne, man kann nur die drei Tasten runter runter. 4 zu 0, also 4 Punkten im Vorstand bin ich jetzt schon. Ich muss pro Minute ein Quill machen. Ich darf nicht mehr sterben. Kriegt Mark das hin? Ja oder nein? Und das Battle ist zu Ende. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, also 25 Punkte ist das Maximum. Und ich drücke jetzt einfach mein Spiel beenden und guck was dann passiert. Dann kommen wir wieder in dieses wunderbare Menü. Und wir verabschieden uns, ne Mark? Bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Ciao. Tschüss.